Guten Morgen an diesem Montag. Ich bin Profiler Susanne und freue mich, dass du dabei bist. Hier ist deine Montagsmotivation Nr. 6. Warum kommst du eigentlich nicht voran? Weil du deinem inneren Schweinehund den Vortritt lässt. Das ist ein fataler Fehler. Ich gehe jetzt mal frech davon aus, dass du nur lächerliche 40% deiner Fähigkeiten und deines geistigen Vermögens nutzt. Das ist alles andere als volle Kraft, alles andere als volle Leistung, alles andere als voller Erfolg und schon gar kein Glück. Warum? Du lässt dich manipulieren von dir selbst. Gern nennen wir das den inneren Schweinehund, dann ist es immerhin wer anders, der der böse ist. Bitte, wenn dir das hilft. Nein, tu das nicht. Ich gebe dir hier und heute Folgendes zu denken. Dein innerer Schweinehund, also der faule Teil in dir, der ist doch im Vorteil, wenn du nicht das Steuer übernimmst. Er kennt all deine Ängste, all deine Faulheit, all deine Schwächen. Er muss sich nur noch nett maskieren und schon bist du eingelullt. Ach, nicht heute. Ach, ich bin müde. Ach, das hat noch Zeit. Du bist nicht ehrlich mit dir. Und darum obsiegt die Pfeife in dir, weil dein innerer Psychopath dich in die Beliebigkeit manipuliert. Willst du das?